Das Spiel ist einfach. Sie erwarten von mir, Herr Barmen? Sie hätten sich an die Regeln halten sollen. Konnte das Opfer identifiziert werden? Ein Puzzleteil. Jigsaw ist doch vor zehn Jahren gestorben. Das ist nicht er. Ganz unmöglich. Das war bei der Leiche. Die Wahrheit wird Ihnen die Freiheit bringen. Hilfe! Soll das ein Scherz sein? Große Jagd auf einen Toten? Ein Nachahmungstäter. Leben oder sterben? Sie müssen wählen. Ihr wisst, was passiert, wenn wir die Regeln nicht befolgen. Das Blut unter den Fingernägeln des ersten Opfers ist John Kramers Blut. Das Jigsaw-Killers. Das ist völlig unmöglich. Selbst gesagt, es will ein Spiel. Spiele kann man gewinnen. Das ist Jigsaw. Das ist überhaupt nicht gruselig. Das ist überhaupt nicht gruselig.